Das Hotel-Restaurant Le Clebourg liegt 5 Kilometer von Weissenburg, einer der sogenannten 100 schönsten Umwegen Frankreichs, entfernt und nur 200 Meter von der Winzergenossenschaft Clebourg. Charlotte und ihr Team empfangen sie 7 Tage in der Woche. Unser Chef de Cuisine Cédric, unterstützt von seiner Küchenbrigade, wird ihren Gaumen mit dem feinsten verwöhnen. Sie können in der Weinstube durchgehend von 7 bis 22 Uhr warme Speisen genießen. Wunderschöne Wanderwege und Radfahrwege, die direkt vom Hotel aus durch die einzigartige Natur starten, werden Sie beglücken. Abschalten, durchatmen, regenerieren, das können Sie alles in unserem Wellnessbereich, der Ihnen mit seiner Sauna und Massageräumen den nötigen Platz zum Relaxen bietet. Für Ihre Versammlungen, Seminar und Tagungen in der Natur können wir Ihnen einen Saal zur Verfügung stellen. Untertitelung des ZDF, 2020